Sie dürfen nicht im Labor in Deckung gehen! Das ist die Plastik! Scheiß Cerberus! Oh, woher? Okay! Das stimmt wohl! Ey, nicht mit mir, du Arsch! Organisches Leben überrascht mich immer wieder! Hör mich auf! Ihn hat wohl das Essen nicht geschmeckt! Wie sie meinen! Okay! Oh, Klauen! Tier hoch! Scheffert, Cerberus Truppen an Kontrollpunkt! Versuchen Korganerinnen zu töten! Unterstützung erforderlich! Fackel Sie sie ab! Ich sehe den Kontrollpunkt! Sie werden beschossen! Wir müssen reingbleiben! Ja, wie vor Feindpräsenz! Fang unter Beschuss! Schnell, Scheffert! Techniker tot! Bringen Sie uns durch den Kontrollpunkt! Okay, dann machen wir! Alles in Ordnung! Eindämmungsschild hält! Aussage zum Zustand der Korganerinnen nicht möglich! Mir geht's gut, Commander! Drauen wurden versteckt! Möglicher Maulwurf bei STG! Könnte indoktriniert sein! Kommt Bündnis Korganer-Thorianer nicht zustande! Fordert niemand die Reaper heraus! Wir fordern Sie nicht nur heraus! Wir fordern Sie nicht nur heraus! Shepard, treffen am nächsten Kontrollpunkt! Ziel von Cerberus wahrscheinlich... Oh fuck, was ist das los? Ihr Schweine! Nächster Kontrollpunkt! Warum? Hier vorne rum! Wo ist Team Manover? Shepard, nun machen Sie schon! Ich versuche, Ihr Feuer auf mich zu lenken! Da können wir es einsammeln... Shepard, letzter Angriff hat Sicherheitssysteme beschädigt! Versuche, Temperatur! Durchhalten! Wir versuchen zu Ihnen zu kommen! Alle Feinde am Boden! Oh, so ein Stummgewehr wäre schon was Gutes! Okay, nun gehen wir weiter! Na aus jetzt! Du getarnte Ladezeit! Cerberus meint es wirklich ernst! Die sind zu allem fähig! Seit ich Sie kennengelernt habe, sind Ihre Taktiken sogar noch grausamer geworden! Oh fuck! Oh, das ist nicht gut! Oh, das ist nicht gut! Wir müssen die Geschütze ausschalten! Wir müssen die Geschütze ausschalten! Wir müssen die Geschütze ausschalten! Okay, der ist ja schon... ... Was ist denn dass denn sonst? Wie er ausgerichtet ist der Arme? ... Was ist dennso? Wo ist das Geschütz? Verdammt, sie haben den Salariade erwischt! Keine Feinde mehr in Sicht! Zum nächsten Kontrollpunkt. Ich wette, Cerberus ist noch nicht am Ende. Ne, denke ich auch. Quarantäne-Eitemungsschild wurde bestätigt. Scan wird durchgeführt. Freigabe bestätigt. Mordin hatte Recht. Cerberus muss einen Hinweis bekommen haben. Sie waren einfach zu schnell hier. In jedem Krieg gibt's Verräter. Koffer. Koffer. Nachden Sie! Ach so, hier unten sind Sie in der Barriere. Niemals anscheinend ernst! Mit der weitere Feinde im Stockwerk über uns! In Deckung! Hier neu mit deiner Treppe, Shepard. Gehen wir nach oben? Ja. Ja. Ich gehe nach oben! Aufsteigen! Fahrstuhl, Fehlfunktion, Shepard. Brauche Unterstützung. Nach wie vor Feindpräsenz. Tank unter Beschuss. Oh, Scheiß. Drängen Sie sie von der Frau weg! Schepard hat Energie abgeschaltet. Kann ich es weitermachen, wenn Sie Notfallsysteme umleiten? Wie machen wir das? Es muss hier irgendwo eine Art Stromversorgung geben. Sie dürfen nicht in die Nähe der Frau! Der kommt schon hoch, Mann. Ausgezeichnet! Vorliebe für Zerstörung intakt, Shepard. Können Sie uns jetzt durchschleusen? Moni, 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 Moni. Nix, Moni, Moni, Moni. So. Wie geht es Ihnen? Eindämmungsschild stark, aber nicht für direkten Beschuss ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Arnold Rex noch. Rex kann seine Finger nicht von einer fruchtbaren Frau lassen. Er wird da sein. Wir sehen uns dann oben. Kugarn haben wir gekupft! Bestandverkürzen! Der Weg ist los! Der Weg ist es noch nicht. Sieht sich aus. 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 Sieht sich aus.